Gegen 20.20 Uhr wurde die Feuerwehr Lennestadt zu einem Scheunenbrand nach Melbeke alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Kräfte der Feuerwehr Elsböhr brannte die Scheunen in voller Ausdehnung. Das Einsatzstichwort wurde dann auf Feuer 3 erhöht, sodass jetzt 85 Feuerwehrkräfte der Feuerwehr Lennestadt mit 8 Fahrzeugen hier im Einsatz sind. Hauptproblem ist bei der Kälte das Löschwasser herbeizuschaffen, was im Pendelverkehr gemacht werden muss. In der Scheune ist eine größere Anzahl von Vollballen, Grundballen gelagert, so wie ein Hinterstand von Kieren und von Materialien. Zwei, drei Hänger sind verbrannt in der Scheune. Weitere Maßnahmen werden sich diesen Eindruck erzeugen. Und die Anzahl von Kälte wurden gespürt. Das ist die Waffe. Untertitelung des ZDF für ein paar Bilder. 10 Minuten Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020